Wir befinden uns in der Gemeinde Gablitz, wenige Autominuten von der westlichen Stadtgrenze in Wien entfernt. Die 58 Quadratmeter große Wohnung bietet zwei Zimmer, wobei die große Wohnküche den zentralen Raum dieser Wohnung bildet. Vom Wohnzimmer aus gelangt man in das helle, moderne Schlafzimmer. Das moderne Badezimmer verfügt über eine Badewanne, einen Waschtisch sowie eine Waschmaschine. Das Highlight der Wohnung ist der ca. 10 Quadratmeter große Balkon mit Blick auf den Wiener Wald. Die Wohnung verfügt über zwei Stellplätze im Eigentum. Wir freuen uns auf Ihren Besuch sowie Ihren persönlichen Besichtigungstermin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.